Die Gitarre ist ein wunderschönes Instrument, aber damit sie auch wunderschön klingt, muss man sie halt regelmäßig stimmen. Ansonsten könnte sie ungefähr so klingen. Und das wollen wir überhaupt nicht. Man kann die Gitarre auf unterschiedlichen Arten und Weisen stimmen. Heute zeige ich euch eine sehr einfache Methode mit Hilfe einer kostenlosen App namens GuitarTuner. Diese könnt ihr ganz einfach auf eurem iPhone oder Tablet oder Smartphone herunterladen. Ich bin Emiliano von GitStars. Los geht's! Als erstes müssen wir auf App Store oder Google Play Store klicken. Wenn wir auf Suchen klicken, tippen wir GuitarTuner ein und das ist das erste Ergebnis hier mit diesem Logo. Klicken wir auf Herunterladen und warten wir. Jetzt öffnen Und hier auf Überspringen. Dann kommt, welches Instrument stimmst du heute und wir wählen Gitarre sechsseitig aus. Wir brauchen Zugriff auf dein Mikrofon. Das werden wir erlauben. Klicken wir auf Weiter Und dann OK. Jetzt kommt Werbung, aber wenn wir nach rechts scrollen, kommt hier oben links ein Kreuz und wir klicken drauf. Dann klicken wir auf Nicht jetzt wegen Benachrichtigungen und es geht schon los. OK, wir haben unsere App runtergeladen. Aber wie stimmen wir jetzt die Gitarre? Das ist ganz einfach. Jede Saite der Gitarre hat eine entsprechende Stimmmechanik. Wenn wir mit einem Finger eine Saite hochgehen, erreichen wir den Wirbel, den wir dann drehen, um die Saite zu stimmen. Wenn wir weg von uns drehen, klingt die Saite dann höher. Wenn wir zu uns drehen, also in unsere Richtung, klingt dann die Saite tiefer. Wir werden von der dünnsten bis zur dicksten Saite stimmen. Die dünnste Saite der Gitarre ist die erste. Die zweitdünnste ist die zweite. Und so weiter bis zur sechsten. Jede Saite hat einen Namen und in der App sehen wir neben jeder Saite den entsprechenden Buchstaben. Wenn wir die erste Saite spielen, sollte der Buchstabe E leuchten. Die App zeigt uns außerdem, ob unsere Saite tiefer oder höher gestimmt werden muss. Bei mir steht Höherstimmen. Also ich drehe die Saite langsam von mir weg. Also ich spiele und ich stimme. Ich spiele und ich drehe. Bis dieser Kreis in der Mitte ist. Wenn die Saite erfolgreich gestimmt ist, kommt ein grüner Haken. Falls bei euch tiefer Stimmen steht, dann dreht die Saite in die andere Richtung, also zu euch. Jetzt stimmen wir die zweite Saite, also die zweitdünnste. Die zweite Saite heißt im deutschsprachigen Raum H, aber im englischsprachigen Raum B. Und deswegen lesen wir hier auch B. Wir machen das gleiche wie bei der ersten Saite. Dieses Mal steht bei mir tiefer Stimmen. Also ich drehe die Saite zu mir. Langsam. Bis zur Mitte. Wir wiederholen dieses Prozess für jede Saite, bis die Gitarre gestimmt ist. Wenn die Gitarre besonders verstimmt ist, kann es passieren, dass die App die falsche Saite erkennt. Zum Beispiel spiele ich jetzt die zweite Saite, also B. Aber die App erkennt die Note G. Wenn euch sowas passiert, schaltet die automatische Einstellung aus und dann tippt auf den Buchstaben der Saite, die ihr stimmen wollt. In meinem Fall ist es B. Dann stimmt die Saite wie immer. Wenn ihr fertig mit der Saite seid, schaltet den automatischen Modus wieder an. Ich hoffe, dass dieses Video hilfreich war und dass jetzt eure Gitarre gestimmt ist. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, schreibt mir hier in die Kommentare und abonniert den Kanal für mehr Gitarrentutorials. Ciao!